Du dickes Ding! Julian geflasst von Bibis rundem Babybauch Für diese Bald-Eltern geht es langsam richtig rund. Die Internet-Stars Bibi Heinecke, 25, und ihr liebster Julian Klassen, 25, erwarten ihr allererstes gemeinsames Kind. Während sie das Geheimnis für die erste Zeit der Schwangerschaft für sich behielten, vergeht mittlerweile kein Tag mehr ohne niedliche Posts und süßen Baby-Tag. Von dem jüngsten Update der werdenden Mutter ist Baby-Daddy Julian jetzt aber trotzdem erstaunt. Seit 33 Wochen trägt Bibi bereits ihren Sohnemann unter ihrem Herzen. Die ersten Monate sah man ihr die anderen Umstände zwar so gut wie gar nicht an. Mittlerweile ist ihre wohlgeformte Körpermitte aber nicht mehr zu übersehen. Das sieht der Fast-Papa ganz offensichtlich genauso. Auf seinem Instagram-Account teilt er eine Nahaufnahme des bemalten Babybauchs, und zwar mit dem drolligen Kommentar, man oh Mann, hat meine Freundin einen dicken Bauch. Ob die Kuhgeldträgerin ihrem Verlobten diese Bemerkung wohl übel nimmt? Wohl kaum immerhin scherzt sie in ihrer Instagram-Story selbst über ihren wachsenden Umfang. Dieser Moment, wenn dein Tee schiert deinen Bauch nicht mehr überdeckt, witzelt sie in der Pyjama-Aufnahme. Das ist günstig. Das ist günstig. Untertitelung des ZDF, 2020